So, liebe Studenten, ich bin Jan Haidand von der Fakultät für Mathematik und ich freue mich drauf, mit euch zusammen im kommenden Semester die Mathematik für Informatik 2 durchzuführen. Und zwar alles aus der Ferne und alles läuft auf der Webseite zusammen, die ihr hoffentlich alle schon mal besucht habt. Jawohl, bis dann!